Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Jeden Mittwoch mache ich ein reines Unboxing von verschiedenen Produkten, die einfach auf meinen Schreibtisch passen. Und wen das Ganze interessiert, einfach dranbleiben. Weiter geht's nach meinem kurzen Intro. Hallo Freunde, lang ist es her mit einem Mittwochs-Unboxing. Heute habe ich mal wieder eine tolle Sache und zwar von NewBee ein Telefon-Headset mit der Bezeichnung H360. Das hat bei Amazon über 400 Bewertungen, durchweg positiv. Da könnt ihr mal stöbern. Den Link packe ich unten in die Infobox mit rein. Das Set kostet 29,99 Euro in der Einzelversion. Es gibt allerdings auch noch einen Doppelpack für 57,99 Euro. Hier haben wir 3,5 mm Klinke oder USB. Das heißt, wir können das an verschiedene Endgeräte anschließen. Und es ist komplett aus Kunststoff, somit auch nichts Besonderes, Hochwertiges. Ich würde sagen, wir packen es einfach mal aus. Die Schachtel interessiert nicht so sehr, sondern mehr der Inhalt. Ich habe das jetzt wieder eingepackt und hatte es aber eine Zeit lang in Benutzung, also so zwei bis drei Wochen. Und da haben sich auch schon so ein paar Sachen herauskristallisiert, was hier gut und was hier schlecht ist. Wir holen auf jeden Fall mal so alles raus, was hier jetzt original auch in der Verpackung drin ist, wenn ihr das euch nach Hause bestellt. Packen wir das mal wieder zu. Wir haben hier eine Bedienungsanleitung. Die ist in Englisch. Jetzt muss ich mal schauen. Und in Deutsch. Also hier kann man sich verschiedene Informationen holen. Und es gibt, soweit ich das weiß, auch noch hier ein Programm, das man sich runterladen kann für den PC, um Sachen einzustellen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht benutzt, weil das einfach nicht notwendig ist. Ich kann sagen, es funktioniert über Skype sehr gut, auch über Microsoft Teams. Wir hatten das an der Xbox One S ist es, glaube ich, angeschlossen mit 3,5 Klinke direkt an dem Pad. Das hat auch super funktioniert. Auch hinten an der Xbox über den USB ist es erkannt worden. Da hat man natürlich dann die großen Vorteile, weil man hier einfach noch einzelne Steuerelemente hat. Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Von der Art und Weise, wie man es zusammenklappen kann, ist es eigentlich super gemacht. Das Einzige, was mich hier gestört hat, das sage ich gleich vorneweg, ist einfach hier diese Art der Biegung. Man hat nämlich hier eine Markierung. Das heißt, das ist auf der linken Seite. Das heißt, mein Mikrofon ist jetzt hier auf der linken Seite. Und wenn ich das jetzt mir praktisch um den Hals hängen will und dann klappt sich hier so ein bisschen diese Lautsprecher nach außen, das ist wahrscheinlich dem Mikro geschuldet, dass man sich das nicht hier gegen die Brust klappt. Ich hätte es aber besser empfunden, wenn die einfach nach innen klappen. Aber das ist Geschmackssache. So ist jetzt auch nicht schlecht. Das heißt, wenn man das an dem Hals hat, dann ist es in dieser Richtung über den Hals gehängt. Vom Mikrofon kann ich sagen, ist ein astreiner Sprachqualität, wo man darauf achten muss. Aber das ist bei jedem Mikrofon, bei jedem externen Mikrofon, das hier vorne dran hängt, dass man sich das nicht direkt vor den Mund schnallt. Sonst hat man diese typischen Pilotenlaute. Dieses F, dieses S und dieses P, das ist dann hier besonders stark. Man hat die Möglichkeit, sich das auch noch so ein bisschen auf die Seite zu drehen. Das heißt, ich habe das nicht direkt die Sprache hier drin. Aber am besten, wenn man sich das einfach so gerade vorausstellt und hat das dann hier auf dem Kopf. Das heißt, die Sprache kommt vorne weg und streicht hier an diesem Mikrofon entlang. Wir haben hier noch ein Kabelführungsmanagement. Das sind so diese Kabelklipse. Da haben wir insgesamt zwei Stück davon. Hier ist auch noch so ein Klebepad drauf. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu dem Wichtigsten und was ich auch hier richtig gut finde. Wir messen jetzt einfach mal das Kabel aus. Und zwar ist das richtig lang. Jetzt gehen wir mal hier mit unserem Maßband entlang und schauen einfach mal, was wir jetzt allein mit der 3,5 Klinke hier haben. Und zwar sind es schon stolze, ja, 1,45 Meter haben wir hier mit der Klinke. Und das Tolle ist ja, das zeige ich jetzt mal. Jetzt habe ich zu viel Kabelgewirr. Wir haben hier von Newbee, haben wir hier noch so ein Steuerelement. Das heißt, wir können hier die 3,5 Klinke reinstecken. Und hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder den Kopfhörerton ausmachen, ich kann das Mikrofon ausschalten und ich kann, wenn es das Endgerät zulässt, Smartphone, würde es ja dann nicht gehen, weil das schließt man direkt über Klinke an, sondern am PC habe ich es ausprobiert. Kann man hier laut und leise steuern. Das ist eine super Sache. Ich muss dazu sagen, es ist nicht mein erstes Kopfhörerset von Newbee. Ich hatte vor drei Jahren mir schon mal eins bestellt und zwar benutzt das jetzt mein Sohn. Das ist ein NFC-Kopfhörer mit Bluetooth und da war so eine schöne Hartschale dabei. Man sieht das hier, die ist super. Die kann man auch so ein bisschen zweckentfremden. Leider ist jetzt hier nichts dabei, aber ich denke auch mal, das dürfte dem Preis geschuldet sein. Das nur noch mal so als mittlere Information. Also qualitativ kann ich sagen, der Kopfhörer, der ist heute noch richtig gut. Den habe ich sehr oft benutzt und wie gesagt, drei Jahre ist der jetzt schon im Einsatz. So, dann hatten wir hier 1,45 Meter. Jetzt messen wir einfach noch mal das Kabel hier von dieser Steuereinheit. Da würde ich sagen, nehmen wir diese Steuereinheit mit und gehen hier einfach mal hoch. Da haben wir dann noch mal zusätzlich knapp 1,15 Meter. Also ihr habt hier ordentlich Länge, also über 2 Meter, wo man hier an Kabel zur Verfügung hat. Das ist natürlich schon eine feine Sache. Wenn man jetzt den Desktop hier ein bisschen weiter weg stehen hat und möchte hier einfach per Skype oder per Microsoft Teams oder wie sie alle heißen sprechen, sich unterhalten. Das ist natürlich auch eine feine Sache, wenn man jetzt hier die Online-Spiele macht und hat dann hier die Kommunikation mit seinen Mitspielern. Vom Ton ist das nichts Berauschendes. Das heißt, was hier rauskommt von den Klängen, die Höhen und Tiefen sind in Ordnung. Zum Musikhören ist es sowieso nichts. Ich habe es mit dem Microsoft Flight Simulator 2020 hier ausgetestet. Ja, da kommt die Sprache richtig gut an. Man versteht alles. Hier habe ich jetzt nach einer Stunde Spielzeit nicht so starke schwitzende Ohren gehabt jetzt, wie zum Beispiel bei einem etwas größeren, also wo die Ohrmuschel einfach größer ist. Aber das hat man ja immer. Das ist hier so eine Art Kunstleder. Und wer da einfach ein bisschen schwitzanfällig ist, wird da im Endeffekt mit jedem seine Probleme haben. Aber ansonsten hat hier Newbee einfach ein stabiles Teil gemacht. Wir haben hier oben noch eine Verstellung. Das heißt, wir können hier in verschiedenen Rasterpunkten, hier steht 1 bis 8 drauf. Das heißt, für große Köpfe und auch für kleine Köpfe. Und dann kann man das, wenn man es mitnehmen will, in die Tasche packen, einfach so zusammen machen. Und dann wickelt man sich zum Schluss hier das Kabel noch drumherum. Und dann dürfte das auch alles gewesen sein. Jetzt machen wir mal das USB weg. Und dann hat man einfach hier so einen Packen. Den steckt man sich in die Laptop-Tasche mit rein. Also das ist wirklich eine super Sache. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Natürlich könnt ihr mir auch einen Daumen runter geben. Und ja, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Da verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal. Tschüss. T text recht? Sü، Tschüss. Hubert Pistatialo. Wie. flaps. goin. Ja. fins Fernsehen.